Dass wir beide dieselben Ziele verfolgen. Wir wollen jede Saison um Titel mitspielen, Titel gewinnen und ja, das passt. Das Stadion, 80.000. Ja, ich denke, darauf freue ich mich am meisten. Ja, es war brutal laut. Also man versteht fast sein eigenes Wort nicht und wenn die dann alle noch für mich dann alle schreien, dann pusht es einen enorm. Also offensiv kann ich ja alles spielen und ich bin variabel einsetzbar und er will einfach, dass ich mein Spiel spiele vorne, die Tiefe suche und gegen den Ball hart arbeite. Auf Schnelligkeit und Zug zum Tor und dass ich ja, halt gegen den Ball viel arbeite. Ja, also ich bin jetzt auch nicht der Lauteste auf dem Platz, aber wenn ich Anweisungen gebe, dann sind die schon klar. Also so jetzt abgesehen, außerhalb vom Platz bin ich aber auch ja so der ruhigere Typ. Aber ich denke mal, du kannst auf dem Platz bestimmt noch ein bisschen aggressiver spielen, oder? Ja, ja, ja. Da kommen dann die Emotionen und dann geht das schon. Ich will Titel gewinnen. So sind wir. Ja.